meine war das knapp beim letzten mal da habe ich fast alle pikmen irgendwie 70 pikmen einfach am anderen ende der welt stehen lassen aber immerhin ich habe keinen zurückgelassen so aber jetzt ist natürlich auch die frage erstmal willkommen zurückzulassen pikmen ob die bomben noch da sind natürlich so ihr könnt noch da drin bleiben das heißt wir nehmen wieder fünf pikmen mit diesmal nehmen wir nur fünf mit so und ein paar gegner sind jetzt wieder da war das ziel war das oder ja also die buchten sind natürlich weg und das bedeutet wir müssen alles hier von vorne machen und natürlich habe ich jetzt nicht genug pikmen dabei und das jetzt nimmt einfach die bomben nichts ins wasser ich bin gleich wieder da ich will noch ein paar andere damit das ganze schneller geht war hier nicht irgendwo so ein aufstieg hier nein ich wollte gerne mal auf die karte schauen so da aber noch ein teil das ist das feuer viel können wir eigentlich jetzt gerade machen das machen wir gleich noch mal da noch was für wasser da keine ahnung da haben wir noch was da aber noch was ich das hier sind zwei bosse da sind überall noch mal an vor eigentlich müssen wir wirklich nur diese mauer da zu stören also sind das da aber sind unsere pikmen ja nee oder doch das sind sie ja was nein andere richtung so die gelben ein bisschen mehr jetzt hat man natürlich so eine krumme zahl 45 einmal kann ich mal richtig helfen ach so mit denen da ja also kommt mit kommt ihr jetzt wohl mit sofort habt ihr alle ihr kommt auch mit arbeitet mit arbeitet mit das ging einfach so muss ich euch alle rüberwerfen und 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 die falsche richtung auf jeden fall seid ihr jetzt alle da diesmal funktioniert es auch natürlich so ihr kommt mit ihr kommt mit dahinten hin wo ist die brücke da die anderen gegner sind noch nicht da nicht so muss ich da muss ich hin natürlich ist es so eine wand das ist die falsche wand die wand ist das ich glaub's nicht das war die falsche wand das ist nicht wahr ich glaub's nicht ok wisst ihr was dann äh macht das pikmen da zurück da sind ja auch noch welche seht ihr alle da mitkommen so ihr passt hoffentlich alle hier durch wo ist das ding da natürlich passen alle durch so ihr werdet hier einfach mal abgestellt so und ihr kommt jetzt mit wenn die alle drauf gehen weiß ich auch nicht mehr so also das reicht so also wir müssen erstmal hier runter wir müssen ganz runter jetzt sind die gegner aber wieder da was machst du denn da die gegner sind doch nicht da ich dachte diese käfer werden wieder da so jetzt müssen wir ganz langsam ohne ins wasser zu gehen hier vorbei und rauf auf den auch nein 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 komm'd aus dem Wasser raus komm' aus dem Wasser raus dankeschön w� görün grocery falーん die ihr nehmt das nicht geht alle daran warum dreht sich über die kamera sind ja alle daran ja so dann müssen wir dann lang das hier können andere ab transportiert ich schon mal ganz kurz was uns hier erwartet ein frosch ist dass er das teil nehmen ist das denn da ist das brauchen wir natürlich auch solche frische hier bleibt da sind auch punkten bei den komischen dahin und das auch ein teil wann man das das geht aber ganz einfach ich muss hier mit mit wasser pikmin erst mal gucken so ihr seid gleich fertig und wenn das war das ja die hälfte vom tag ist schon wieder vorbei hier ihr braucht noch okay dann kannst du schneller laufen und jetzt immer noch die tür zu das heißt überall noch die tür bleibt auf ewig zum so euch brauche ich nicht ihr kommt alle hier rein dafür kommt ihr aber raus kurz warten sehr gut so 20 von euch und dann auch euch hier was habt ihr das gesehen was ist mit dem gerade passiert alle mit kompeten alle nicht ins wasser doch ihr könnt ins wasser so ihr seid da das bedeutet ist es Kaffee Oh, 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 oh. Ich bin so schnell, ich bin so schnell. was hat ja oh oh ich habe ich 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 ja sie schreit da unten und da unten sind wir jetzt da aber wir sind doch das ja natürlich könnt ihr dann wenigstens das dahinten noch etwas vortragen hier jetzt ja ich weiß was es ist und zwar alle ok mehr geht nicht also da kann ich nichts mehr machen das machen wir dann in der nächsten folge oder so also das war es jetzt erst mal gleich mit meiner aufnahme session ja zwei folgen diesmal nur ihr schafft das nicht ne komm ich sehe es doch jetzt schon ja ja so ihr schafft das nicht mehr ich sehe es doch schon gehe schön da hoch wie 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 ok nein 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 das reicht nicht mehr was macht er da sei froh dass ich gerettet habe junge das ist der eine kommt da muss doch noch irgendwo einer sein geschafft ich habe ich habe doch ich habe gewusst dass es eben 28 waren weil ich will gucken wo der ist drückt hause geht nicht ich habe hoffentlich kein zurücklassen ja ok ok ja eine steinbombe explodiert habe ich mal unter stein begraben ja schön ich habe keinen vergessen aber wahrscheinlich eingepflanzt war am boden aber ich habe hier im kampf verloren aber nicht von dem blauen ich hatte doch 18 rote 17 waren es ganz bestimmt nicht es waren 16 oder 18 ich war ich glaube es waren 18 das heißt der ein liegt irgendwo noch verbundelt wie der grad von eben ok also von in der nächsten folge seid ja sind wir also dran mit zwei teilen ja und wahrscheinlich wollen wieder gegner töten und aufweise pik mit mord ja auf jeden fall das sieht er jetzt hier noch gut aus wir sind es dann das nächste mal wieder bis nächstes mal bis dahin haut rein und schau